Wollt ihr auch, dass euer Hund tanzen kann? Dann bleibt dran, denn das ist gar nicht so schwer. Als erstes schnappen wir jetzt ein bisschen Futter und lassen den Hund langsam an uns hochkrabbeln. Das dient als Basis und Vorübung. Dann lassen wir den Hund zwar wieder an uns hochkrabbeln, aber so, dass die Pfoten schon etwas weiter weg von unserem Körper sind. Bitte bedenkt, dass wenn ihr diesen Trick aufbauen wollt, dass es ein paar Tage dauern kann, bis sich erstmal die Muskeln des Hundes aufgebaut haben. Als nächstes bauen wir Stück für Stück die Futterhand ab, sodass sich der Hund nicht mehr abstützen muss. Dann kommt die Futterhand leer, wir belohnen aus der anderen Seite und dann habt ihr es schon fast geschafft. Die Hand wird nur noch weiter abgebaut und dann viel Spaß beim Üben.